Jeder hat Angst vor Veränderung, vor Rhythmus. Davor im Leben schwere Entscheidungen treffen zu müssen. Entscheidungen zu treffen, die schwierig sind. Doch um im Leben weiter zu kommen, ist genau das unerlässlich. Raus aus der Komfortzone, einen neuen Standard finden. Eine Routine. Unser Geist muss frei herumtollen können. Unser Gehirn muss entlastet werden. Wir müssen wie der Kind sein. Ich bin biologischer Zahnmediziner und stehe für Gesundheit. Mich jahrelang intensiv mit diesen Dingen zu beschäftigen, brachte mich irgendwann dazu, meine Erfahrungen teilen zu wollen. Sie mit der Welt zu teilen. Maximal vielen Menschen helfen zu können, wieder gesund zu werden. Den Fokus von Krankheit und Symptomen auf Gesundheit zu lenken. Den Menschen zu zeigen, dass sie selbst verantwortlich für ihren Körper und ihre Gesundheit sind. Und Lösungen bereitzustellen, die ich selbst auf meinem Weg gelernt habe. Eine Gesundheitsbewegung zu starten, die Generationen überlebt. Es war für mich wie eine Reise. Eine Reise durch tausend Fragen, für die es Antworten geben musste. Wie wäre es, wenn wir den Fokus nicht an sinnlos negative Gedanken verschwenden, sondern endlich anfangen, das Leben unserer Träume zu leben. Wieder auf unsere Gefühle zu achten. Eine Vision finden, die uns fesselt und antreibt, etwas zu verändern. Etwas Großes zu schaffen. Täglich zu wachsen und ein bisschen besser zu werden. Alles Leben folgt dem Prinzip in der Evolution. Denn Leben ist Wachstum. Progress equals Happiness. Dann kommen wir dem Glück doch von Mal zu Mal ein kleines Stückchen näher. Ich bin Dr. Dominik Nischwitz. Oder auch Dr. Damme.